Nicht nur mit ständigen Sonderaktionen informiert die Küchenhalle in Winnenden die Besucher. Auch die Vielfalt und die Innovation der Küchenhalle sucht ihresgleichen. So kann sich der Kunde im 3D-Kino die geplante Traumküche gleich real ansehen. Beim Tag der offenen Tür stellt die Küchenhalle die 3D-Technologie sogar mobil vor. Das Küchenplanmobil kann zum Kunden nach Hause kommen, wo sie ihre Küche live planen können. Innovationen, Ideen und Kreativität, dafür steht die Küchenhalle in Winnenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017